Zwei toxische Gewohnheiten eines jeden Narzissten. Nummer 1. Gestörte Narzissten sind extrem respektlos. Deine Gefühle sind ihm komplett egal. Man hat das Gefühl, manchmal ist er oder sie mit Absicht extra gemein. Und sie haben einfach keinen grundlegenden Respekt für deine Bedürfnisse und auch für deine Grenzen. Sie überschreiten ständig deine Grenzen. Auch wenn du ihnen ganz klar sagst, halt stopp, so geht das nicht, das ist eine Grenze. Das möchte ich überhaupt nicht. Dann machen sie das trotzdem. Das ist ein Spielchen für sie. Sie schauen einfach, wie weit sie dich pushen können und wie weit sie trotzdem immer weiter deine Grenzen überschreiten können. Obwohl es ganz offensichtlich eine Grenze ist und du ihnen auch schon gesagt hast, mehrfach, das gefällt mir nicht, das möchte ich nicht. Und dann hat man das Gefühl, genau dann machen die es trotzdem. Genau dann machen die das wieder. Man fühlt sich insgesamt einfach nicht gewertschätzt als Person. Es ist alles oberflächlich. Sie werden dir oberflächlich sagen, ich liebe dich, du bist mir viel wert. Ihre Handlungen zeigen aber eigentlich, dass du ihnen komplett egal bist und dass sie keinen Respekt für dich haben. Sie fordern natürlich extrem viel Respekt, dass du immer komplett respektvoll mit ihnen umgehst, dass sie die Götter schlechthin bist, dass du dich hinkniest und sie anhimmelst. Und oh je, ach herr, du bist der allerbeste, du der gestörte Narziss, machst alles richtig, alles ist super. Wenn du einmal mit der Hand winkst, da muss alles passieren, alles rechtzeitig, es muss alles pünktlich da sein. Ach, du bist immer zu spät, kein Problem. Ach, du kannst machen, was du willst. Ja, natürlich, du bist nämlich der göttliche Narzisst und du kannst machen, was du willst und du kannst mit mir umgehen, wie du willst und das ist kein Problem und ich muss das ja verstehen. Ich bin das Problem, weil ich nicht verstehe, dass alles, was ich mache, falsch ist und alles, was du machst, absolut richtig ist. Es gibt nichts, was du jemals falsch machst und alles ist komplett richtig und ich bin einfach gar nichts wert, ich kann überhaupt nichts, ich mache die ganzen Probleme, die du auch eigentlich machst. Das heißt, gestörte Narzissen, was sie gerne machen, sie versuchen dir einzureden, dass die Schwächen, die sie eigentlich haben, dass du diese Schwäche hast. Man wird dann einfach extrem verwirrt, weil man reingeht, wenn man mit einer solchen Person zu tun hat und denkt, sie hat das schon wieder gemacht. Ja, okay, ist nicht so schlimm, komm, ich drücke mein Auge zu und dann wird diese Person dir sagen, du machst immer das und wird das mit so einer Überzeugung sagen, dass man dann wirklich einfach da steht und denkt, oh je, wie bitte, was, ich komme jetzt gar nicht mit. Und die Sachen, die sie sagen, sind so unglaublich absurd und realitätsfern, dass man gar nicht erwartet, dass jemand so sein könnte. Und dann steht man erstmal da und denkt, was, ich weiß jetzt gar nicht wirklich nicht, was ich sagen soll, weil man das überhaupt nicht erwartet, dass jemand so absurd sein könnte, aber mit einer solchen großen Überzeugung dahinter. Und diese Personen werden deinen Gutmut ausnutzen, dass du dann nicht direkt zurücksagst, du machst überhaupt keinen Sinn, stopp. So geht das einfach nicht weiter, ich muss hier raus. Was damit auch einhergeht mit dieser Respektlosigkeit, ist, dass sie immer und immer wieder kleine Sticheleien machen werden. Sie werden dann immer wieder Sachen sagen, die ganz offensichtlich extrem unsympathisch sind und auch beleidigend sind. Sie werden dich auslachen, wo man denkt, warum, warum, warum gerade, warum beleidigst du mich gerade, was soll das eigentlich? Und wenn man das dann anspricht, ja, dann ist es wieder deine Schuld. Ach, stell dich jetzt nicht so an, du bist ja immer so empfindlich, was soll das hier, ich mach doch nur Spaß. Wenn aber etwas beleidigend ist, dann ist es nun mal auch einfach beleidigend. Und wenn man der Partner von jemandem ist oder jemand im nahen Umfeld, ein guter Freund zum Beispiel oder ein Elternteil, dann muss man das respektieren. Und es gibt auch einfach zwei unterschiedliche Arten, wie man jemanden freundlich hänseln kann, sage ich mal. Dann ist es aber immer von beiden Seiten auch so verstanden. Aber wenn die eine Seite einfach nur beleidigt ist und dann sagt, jetzt stell dich nicht so an, du hast es einfach nur falsch verstanden. Nein, wenn etwas beleidigend ist, dann ist es halt einfach eben beleidigend. Und wenn es so ankommt, dann kommt es so an und das heißt, dass diese Person dich einfach nicht versteht. Wenn sie nicht versteht, dass das beleidigend war, was sie gesagt hat oder getan hat und du ihr das sagst und sie nicht den Respekt hat und sagen kann, ich respektiere das, tut mir leid. Es war nicht so gemeint und was das angeht, werde ich da jetzt nicht mehr diese Sticheleien machen. Und genau dann werden sie aber immer nachhaken und diese Sticheleien machen und immer dieses Unterschwellige. Und das nennt man dann auch passive Aggression. Sie sind unglaublich passiv-aggressiv, weil, da habe ich auch schon ein Video dazu gemacht, sie selbst viel innere Wut haben und diese passiv rauslassen. Das heißt, die machen dich aggressiv, um zu sehen, um diese Aggression weiterzugeben. Diese Person ist jetzt aggressiv, nicht ich. Ich bin ruhig, ich bin perfekt, ich bin der Narzisst. Du bist aggressiv, du hast Probleme. Du musst zu einem Therapeuten gehen, weil du Probleme hast, damit wir wieder eine Beziehung führen können. Ja, du solltest vielleicht zu einer Therapie gehen, aber nachdem du dich getrennt hast, um dann mit der Heilung anzufangen, damit du dann eine positive Zukunft für dich aufbauen kannst. Eine Ambivalenz, die da noch mit reinspielt, ist, dass diese Person so unglaublich respektlos ist, aber so tut, als ob sie so viel Respekt auch zurückverdient hätte. Weil sie ja für dich alles macht. Und da ist der Grund, sie erwarten extrem viel Dankbarkeit. Alles, was sie machen. Man muss dankbar sein, wenn sie dir einmal freundlich Hallo sagen. Dann sollte man dankbar dafür sein. In ihrem Kopf denken die das dann. Man muss immer dankbar sein. Und in einer gesunden Beziehung tut man gute Sachen, weil man die andere Person schätzt und wertschätzt und gute Sachen tun möchte für diese Person. Und dann nicht krampfhaft eine Dankbarkeit erwartet. Natürlich sollte man auch dankbar sein als Mensch. Es gibt aber diesen Unterschied zwischen einer allgemeinen Dankbarkeit. Und diese zeigt man nicht durch Worte unbedingt, sondern durch Emotionen. Solche Menschen wollen aber immer, dass man ganz übertrieben immer und immer und immer wieder sagt, wow, Dankeschön, wow, du bist ja super und wow, mein Gott, das ist ja wirklich der Hammer. Sie wollen ein bisschen, dass du mit ihnen wie ein kleines Kind redest. Was damit zusammenspielt, ist, dass jedes Kind hat einen erhöhten Grad an Narzissmus. Und man kann sagen, dass solche Menschen dann mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung nie den kindlichen Narzissmus ablegen. Und genau deswegen verhalten sie sich manchmal wie Kinder. Man denkt dann wirklich manchmal, ich rede mit einem Kind gerade. Das kann doch wirklich nicht sein. Das ist, weil ihr Gehirn, was bestimmte Sachen angeht, sich nicht weiterentwickelt hat und sie bei bestimmten Sachen tatsächlich sich wie Kinder verhalten. Diesen kindlichen Narzissmus noch innehaben. Denn als Kind dreht sich ja alles um einen. Die Eltern schauen auf einen, dass man gesund ist, dass man die Hausaufgaben macht. Man hat auch immer Aufmerksamkeit. Ein normaler Mensch wird diesen kindlichen Narzissmus natürlich ablegen. Solche Menschen eben nicht. Und genau deswegen verhalten sie sich tatsächlich wie Kinder. Und wenn du dir denkst, diese Person ist wie ein Kind manchmal. Ja, ganz genau. Sie ist wie ein Kind. Sie versucht, dich zu verwirren mit den Worten. Sie will keine Lösung finden beim Argumentieren, beim Streiten. Sie will einfach nur Recht haben und verhalten sich absolut kindlich. Das heißt, das Erste ist, dass sie extrem respektlos sind. Sie haben keinen tiefgründigen Respekt für keine Person. Außer für sich selbst. Sie sind die einzig wichtigste Person in dem Universum. Nur sie sind ernst zu nehmen. Nur ihre Probleme sind ernst zu nehmen. Und du bist egal. Deine Probleme sind nichtig. Deine Probleme sind halb so wild. Wenn du auch mal ein Problem hast, dann wird diese Person sagen, ach komm, bitte, sei still. Meine Probleme sind viel wichtiger. Jetzt bitte, konzentriere dich wieder auf mich. Ja, es geht hier gerade um mich. Und je länger du mit einer solchen Person zu tun hast, wirst du auch wirklich merken, was verletzend ist, dass du ihr einfach egal bist. Du bist ihr absolut egal. Und das ist leider so. Das ist tatsächlich leider so. Und das Beste, was man da machen kann, wenn man es mit einer NPS zu tun hat, sich zu trennen und eine gute Beziehung zu finden. Und dann da auch die Arbeit reinstecken. Warum war ich überhaupt mit dieser Person zusammen? Warum habe ich mir das angetan? Zum Beispiel, ich bin der Leiter einer gemeinnützigen Organisation. Wir geben psychologische Beratung für Menschen, die dabei sind, sich zu trennen aus einer solchen Beziehung. Oder nach der Trennung anfangen, sich zu heilen. Mit dem Prozess der Heilung anzufangen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne auf den Link unten klicken und da das entsprechende Kontaktformular ausführen. Die zweite toxische Gewohnheit eines jeden Narzissten ist, dass sie extrem viel Mitleid für sich selbst haben. Ihr Leben ist eine Tragödie in ihren Augen. Sie tun alles. Sie sind so gut. Sie sind solche gute Menschen. Sie haben so viel mehr verdient. Und es ist so unfair. Und du verstehst das nicht, dass er eigentlich in dieser Tragödie ist. Und du solltest ihn ja eigentlich viel mehr respektieren. Und ihm viel mehr Dankbarkeit zeigen. Weil er oder sie geht ja so ein schwieriges Leben durch. Und ach, du hast ja keine Ahnung. Du verstehst das einfach nicht, wie anstrengend das Leben ist mit ihm. Und jetzt bist du noch in seinem Leben. Oh je. Du bist ja so anstrengend. Und ach, aber du willst gehen? Nein, nein. Das geht nicht. Du musst hier bleiben und bei mir sein und mein narzisstisches Opfer sein. Du darfst nicht gehen. Ich werde dich manipulieren, damit du nicht gehst. Aber gleichzeitig, wenn du dann bleibst, du bist so anstrengend. Mit dir stimmt einfach alles nicht. Und oh mein Gott, mein Leben ist sowieso so schon schwierig. Warum muss ich jetzt ausgerechnet dich als Partner haben? Das musst du dir nicht antun. Das musst du dir wirklich nicht antun. Und du hast Besseres verdient, um ehrlich zu sein. Sie sind also in einer Tragödie in ihrem eigenen Kopf. Sie haben also sehr, sehr viel Mitleid für sich selbst. Sie denken sehr oft, ich habe einfach Besseres verdient. Warum ich? Warum bin ich gestraft von dem Universum? Und die Wahrheit ist tatsächlich, jeder Mensch hat ein hartes Leben. Jeder Mensch hat Probleme. Und die Probleme des Narzissten, des gestörten Narzissten, sind nicht besonders. Sie stehen nicht über deine Probleme. In ihrem Kopf ist das so. Und das werden sie dir auch zeigen. Das werden sie dir signalisieren. Jetzt stell dich einfach nicht so an. Deine Probleme sind nicht dich. Meine Probleme sind so wichtig. Wie kannst du das nicht verstehen? Sie werden dir immer und immer wieder ihre Probleme sagen, wie anstrengend ihr Leben ja ist, dass du jetzt hören musst und für sie da sein musst. Aber sobald du auch mal ein Problem hast, dann hören sie überhaupt nicht zu. Dann sind sie überhaupt nicht bereit, dich zu unterstützen. Für dich da zu sein. Auch einfach mal zuzuhören. Das können sie nicht. Sie können nicht einfach mal zuhören. Das würde ja bedeuten, dass die Aufmerksamkeit nicht mehr komplett auf sie gerichtet ist. Das würde ja bedeuten, dass die Aufmerksamkeit erstmal auf dich gerichtet ist. Eine andere Person. Das können sie nicht. Du wirst merken, solche Personen können nicht einfach nur zuhören, dir ehrlich zuhören und dich ehrlich unterstützen, weil sie so sehr mit ihren eigenen Problemen beschäftigt sind und sie nehmen nur ihre eigenen Probleme ernst. In ihrem Kopf sind ihre Probleme richtig und gut und ernst zu nehmen. Deine Probleme sind komplett egal. Im Vergleich zu ihren Problemen ist das ja sowieso überhaupt nichts. Und sie werden dich da auch wieder nicht respektieren, um dir zuzuhören. Um einfach nur für dich da zu sein. Du bist immer für diese Person da. Du hörst immer wieder zu. Du versuchst, ihnen immer wieder zu helfen mit den Problemen und sie schaffen es nicht, einfach mal zuzuhören. Einfach mal ehrlich zuzuhören. Ja, was ist denn dein Problem? Ich nehme dich ernst und deswegen nehme ich auch deine Probleme ernst und das wollen sie einfach nicht hören. Das können sie einfach nicht. Also, um das einmal zusammenzufassen, sind sie absolut respektlos, indem sie dich nicht ernst nehmen. Sie haben extrem viel Selbstmitleid. Sie sind wirklich gefüllt mit Mitleid für ihre eigene Person, für ihr eigenes Leben. ihr eigenes Leben ist eine absolute Tragödie. Keiner versteht sie. Warum versteht keiner nicht, wie anstrengend mein Leben ist und dass ich eigentlich so super und gut bin. Ich bin ja schon fast ein Halbgott, weil ich all diese Sachen geschafft habe in meinem Leben und mein Leben ist so anstrengend und da muss man sagen, ja, allgemein hatten Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung eine sehr, sehr traumatisierende Kindheit. Deswegen entwickelt sich dann auch diese Persönlichkeitsstörung. Die narzisstische Persönlichkeitsstörung, die entwickelt sich nicht ohne Grund. Man könnte schon fast sagen, das ist ein Abwehrmechanismus, wie die Psyche die Probleme damit umgehen kann. Das ist aber leider ein sehr ungesunder Mechanismus, Coping-Mechanismus, mit seinen Problemen umzugehen, denn das wird die Probleme langfristig nur verstärken. Sie wurden nämlich in ihrer selbst so sehr blamiert, beleidigt, zerstört, als sie in ihrer Kindheit waren, oft von ihren eigenen Eltern, weil eine narzisstische Persönlichkeitsstörung wird oft weitergegeben von Generation zu Generation und dann geben sie ihre inneren Probleme jetzt an dich weiter. Und da ist dann auch, weil es jemand zuhört, der ein Kind ist von einer Person mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung und selbst merke ich bin da irgendwie drin, vielleicht bin ich zum Antinarzisten geworden, nenne ich das. Man hat ähnliche Probleme, aber von der Genetik ist man einfach ganz anders und geht anders damit um, aber man geht dann auf Beziehungen ein mit Menschen, die so sind. Und das ist langfristig einfach nicht gesund für einen selbst, für das Wohlbefinden. Auf der anderen Seite, wenn du vielleicht merkst, ich neige auch zu stark narzisstischen Zügen hin, wie kann ich das ändern? Weil das ist nicht gut. Und der erste und ein ganz, ganz großer Punkt ist da, ein wichtiger Punkt und Aspekt ist da, dass du überhaupt merkst, dass du solche narzisstischen Züge hast. Denn es gibt Menschen, die merken das, mein Vater, meine Mutter war auch so, ich neige jetzt auch in diese Richtung hin und ich bin sehr unzuprigen. Und der größte Punkt ist, dass du das erkannt hast. Denn Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, der größte und schwierigste Punkt ist, dass sie das einfach nicht akzeptieren wollen. Sie erkennen nicht im geringsten an, dass sie Probleme haben, beziehungsweise wieder unbewusst, unterbewusst, es ist sehr, sehr kompliziert mit solchen Menschen. Ihnen ist bewusst, dass irgendetwas nicht stimmt, aber sie verdrängen enorm viele Emotionen und lassen das nicht zu, dass sie vielleicht tatsächlich mit einem Therapeuten sprechen sollten. Da an dieser Stelle hast du den größten und wichtigsten Punkt schon geschafft und dann ist dann das Beste, was man tun kann, eine Therapie anzufangen oder eine psychologische Beratung anzufangen und da aus diesen Verhaltensmustern rauszukommen. Es ist also durchaus möglich, dieses Trauma, das von Generation zu Generation weitergegeben wird, zu beenden, indem du an dich selbst arbeitest und sagst, ich erkenne, da irgendetwas ist in meiner Familie, in den Generationen und ich werde das jetzt angehen. Ich werde diesen Kreislauf unterbrechen, kein Trauma an meine Kinder, an meinen Partner, in meine Beziehungen weitergeben. Und das muss nicht nur die narzisstische Persönlichkeitsstörung sein. Es können unterschiedliche Sachen sein. Jedliches Trauma kann an die nächste Generation weitergegeben werden. Und das Größte und das Beste, was man machen kann, auch für sich selbst und dann auch für seine Kinder, ist das zu erkennen und das zu unterbrechen und dieses Trauma dann endlich zu verarbeiten. Und das ist sehr scharf, wenn du dann die erste Person bist in deiner Familie, die dieses Trauma wirklich angeht und sagt, es geht so nicht weiter, ich werde das Trauma endlich verarbeiten. Ich werde das Trauma, das meine Familie seit Generationen mit sich getragen hat und weitergegeben hat, werde ich unterbrechen, verarbeiten, damit meine Kinder dann ein besseres Leben haben können. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen und einen freundlichen Kommentar. Ich lese die Kommentare wirklich sehr, sehr gerne. Als nächstes werde ich ein Video dazu machen, ob gestörte Narzissten tatsächlich Reue und Scham empfinden. Denn das ist eine sehr interessante Frage. Es wirkt nämlich absolut so, als ob sie keine Reue haben im Geringsten, was gar nichts angeht. Die Wahrheit dahinter ist nochmal ein bisschen komplizierter und das werden wir uns dann beim nächsten Mal nochmal genauer anschauen. Ich wünsche dir alles Gute, viel Stärke und bis zum nächsten Mal.